Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Arbeitstag als Lebensmittelkontrolleur. Eine kurze Info am Anfang, momentan haben wir so circa 27 Grad in München. Das bedeutet, wir haben in meinem Zimmer gerade so 36, 37 Grad, inklusive einer ekelhaften Luftfeuchtigkeit. Das bedeutet, verzeiht es mir bitte, wenn ich heute ein bisschen dümmer als sonst bin. Aber jetzt kümmern wir uns langsam mal ums Essen kontrollieren, denn hier wird gleich ein bisschen was gestartet. Dann fährt das Essen hier so längs, aber ihr werdet das gleich sehen. Ich muss mir vorher noch Essen bestellen. Ihr merkt vielleicht, das Spiel sieht ein bisschen aus wie Papers, Please. Und das finde ich persönlich richtig, richtig geil. Wir testen das Game heute mal. Es ist leider auf Englisch, das seht ihr jetzt hier schon so ein bisschen. Aber ich werde mit meinen Englisch-Skills hier ein bisschen was translaten. So, ich muss kurz zu meinem Telefon gehen. Genau, hier müssen wir uns jetzt erstmal für unsere Arbeitsschicht ein bisschen Essen bestellen. Und dementsprechend gehen wir jetzt ans Telefon. Ah, warte, ich muss erst gucken. Ähm, was wollen wir denn? Chinesisch? Oh, Burger sind geil. Was ist denn? Ja, nee, ich mache hier das, McDonalds. Dann einmal das Telefon. Ich habe mich hier ein bisschen vorbereitet. Ich habe es hier unten, äh, 636-8866. Und einmal anrufen, bitte. Das Spiel spielt in einer fernen Zukunft, wo Lebensmittel extrem knapp sind. Und jedes Land hat halt so spezielle Essenskontrolleure, die alles so checken. Ja, ich hätte hier einmal gerne für 20... Ah, da oben rechts sehen wir, wir haben 200 Credits. Ja, ich esse einen Burger. Ich gönne mir heute mal was. Ist mein erster Arbeitstag. So, einmal, ja, ein Big Whack. Ja, einmal Big Whack. Vielen Dank. Ja, sehr nett. Oben links haben wir scheinbar meine Lebensanzeige. Die ist auf 90%. Ja, nach meiner Schicht wird mir das geliefert. Gut, ja, dann fange ich doch mal an. So, okay, äh, gut, ja, guten Abend. Ich bin Ihr Chef von Booth 101 bis 120. Ach so, ah, ich bin einer von vielen. Okay, lass mir das alles mal erklären hier. Ich sage es nicht zweimal, also, ne, hört mal richtig zu, Ihr Lauchs. Wir haben zwei neue Produkte, die getestet werden. Jedes Item muss bestehen. Ah ja, einmal muss das Gewicht stimmen und die Farbe. Ja, seht ihr die Informationen am Screen? Ja, sehe ich. Das Produkt darf maximal 305 bis 335 wiegen, wenn es gelb ist. Alle Sachen, die Müll sind, müssen hier in das Recycling-Ding geworfen werden. Okay, und der Rest kommt einfach wieder aufs Förderband. Eine letzte Sache. Wenn ihr Sachen seht, die nicht auf dem Screen sind. Ach so, wenn da jetzt eine Bombe oder so liegt, dann soll ich den Red, ah, den Red Button. Okay. Also, wenn dann irgendwas, was nicht so aussieht wie die beiden Sachen, dann soll ich es melden. Ja, easy. Ja, ja, ich so, jetzt arbeite. Danke. Ach, das ist mein Vorgesetzter, der da redet. Dann, ja, das ist das Ding. Das kommt einmal hier drauf. 304. Ja, das ist zu, zu, zu leicht. Weg damit. Äh, das einmal. 495. Passt. Und jetzt püggen wir das da rein und es muss blau leuchten. Es ist blau, ist drauf rein. Ich habe, glaube ich, bis dato noch keinen Fehler gemacht. 329. Passt. Das muss jetzt gelb werden. Ja. Und ist gelb. Wunderbar. Das hier ist 307. Das passt. Ihr könnt natürlich wie immer gerne mitkontrollieren, ob ich hier irgendwelche Fehler mache. Aber ich würde sagen, bis dato. Also, ich glaube, hier oben zeigen die uns auch an, ob wir Fehler machen. Wir dürfen dreimal. Oh, ja. Das ist zum Beispiel 338. Ich gucke nochmal drauf. Ja. Und das kommt weg. Und ich werde genau wie bei Papers, Please, danach bezahlt, ob ich Sachen richtig mache. Ich muss dementsprechend natürlich auch schnell sein. Warte mal, kann ich es nicht hier schon direkt hinstellen? Dann kommt, glaube ich, auch einfach schneller was Neues. 498. Und es ist blau. Direkt hier hinten hinstellen. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Und hier unten rechts ist meine Zeit. Und wenn die abläuft, habe ich verkackt. Also, ich glaube, für meinen ersten Arbeitstag ist das schon gut. Es wird wahrscheinlich auch so werden, dass im Laufe der Zeit, dass jetzt unser erster Arbeitstag, dass das alles noch wesentlich schwieriger wird, glaube ich. Also, dann kommt wahrscheinlich noch viel mehr, ja, einfach eine größere, größere Palette an Sachen, auf die man achten muss, kommt dann dazu. Das kennen wir einfach aus Papers, Please. Also, dem Grenzposten-Simulator. Das ist irgendwann, ey, da musst du... Oh, gelb. Nee, gelb ist falsch. Oh, da wangelt jetzt hier oben. Oh, äh, meine Uhr. Jetzt nochmal schnell, gell? Oh, ist rot. Rot ist auch falsch. Ja. Feierabend. Okay. Okay. Daily Report. 13 Dinger waren okay. Nullmal verkackt. Ja, geil. Ich habe sogar einen Bonus bekommen. Well done. Ja, herzliches Dankeschön. Liebe NFSA. Neo Crawford. Ah, nee, Ned Crawford. So heißen wir. Tired and Hungry. Ach so, wir... Ah, da sehen wir das, dass wir das verlieren von 90 auf 70. Oh, die Klingel. Ja. Sag mal, jetzt einmal klingeln reicht doch auch. Ja, beantworte die Tür. Hallo. Hier ist das Itzy Family Restaurant. Ja. Sir, sind Sie okay? Ja. Ja, mir geht's gut. Moment mal. Elodie? Ah, sie heißen Elodie. Ned? New Clue. Ja, der bin ich. Oh mein Gott, du bist es. Ja, ich bin's. Ich bin's tatsächlich. Ich bin der Palette, ja. Haha, was ist er? Zwei Jahre ist vergangen, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Was machst du denn hier? Äh, ja, das war meine, meine Frage, Ned, was du hier machst. Warum ist es so komisch, mich zu sehen als Inspektor? Nee, es ist nicht komisch. Es ist nur... Du denkst nicht, dass ich's schaffen kann, Jens. Warte, sie denkt, dass wir kein Inspektor sein können? Wir sind Ned Palette Crawford. Oh, sei mir nicht böse. Aber ja. Wow. Wow, du denkst nicht, dass ich das Talent habe, um ein Essenskontrolleur zu sein, Lebensmittelkontrolleur? Das ist ein Skandal. Ah ja. Ja, aber was denn mit dir? Du arbeitest irgendwie in einem Restaurant oder was? Nicht, dass daran irgendwas falsch ist. Sorry, ich muss jetzt los. Ja, aber mich macht sie fertig. Ja, jetzt gib mir mal meinen Burger. Ganz ehrlich, den schreddere ich mir jetzt schön rein. So. Vor allen Dingen, ich stehe doch gerade noch direkt an der Tür. Und ich fress das Ding schon auf. So, was habe ich denn hier? Ich habe meine ID-Card. Ich bin Ned Crawford. National Food. Iden Sky. With Thai. Wie Thai. Komme ich aus daher wie Thai? Danke. Und was ist das? Evans Gift. Looks fishy for having no product information. Achso, ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Das ist doch irgendwas mit Gift. Achso, Gift wird es auf Deutsch heißen. Aber es ist halt jetzt ein Geschenk, was ich von Evan bekommen habe. Okay. Ja, ich gehe jetzt ins Bettchen. Gute Nacht. Oh, er hat Kopfschmerzen. Ist vermutlich der Krankenhausgeruch hier. Ja, stimmt. Ist wahrscheinlich auch sehr aufgeräumt. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Ja, gute Nacht. Chapter 1. Good day. Goodbye. Ja, guter Tag. Tschüss. What a perfect translation, my friends. Genau, wir haben das Jahr 2036. Dear Mr. Crawford, willkommen. Ah ja, wir leben in Booth 105. Der Raum wurde sterilisiert. Also so, so. Ja, wie sagt man es? Sterilisiert? Er wurde halt perfekt geputzt. Wie so ein Krankenhaus halt. Da sind ja auch, ist halt steril. Ohne Bakterien. Ja, ja, vielen Dank. So, was ist jetzt hier? Clues. High School. Ach so, die kenne ich aus der High School. Evan. Skyline Food Inspector. Ah, der arbeitet bei 220. Closed Borders. Ah ja, ach so. Die Stadt heißt Aiden. Also ich glaube, die Welt ist richtig im Arsch. So, aber egal. Ich habe gut geschlafen. Ich bin jetzt auf 100% Leben. So. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Essen ordern. Fug, fug, wum. Fast. Und guck mal hier. Schnell und gesund. Ja, das schreibe ich mir mal auf. Äh, das ist die 8, 8, 7, 7, 6, 5, 50. Da gehen wir schön mal ran ans Tee. Ja, heute machen wir Fug, wum. Dann gehe ich mal hier ran. Sag mal, boah, wer klingelt denn hier? Ich habe jetzt keine Zeit. Sag mal, ich telefoniere. Ich telefoniere jetzt erst. So. Fug, wum. Fast food. Sag mal. Ja, ich hätte hier gerne einmal die, die Rammen-Nudeln. Ja, die nehme ich. Vielen Dank. Okay. Ja, ja. Nach meiner Arbeit können die mir das wieder liefern. So. Wer, wer nervt mich denn jetzt? Hallo. Officer? Ist sie bei der Polizei? Äh, hallo. Ja, nett, ich kenn zu... Ja, na was. Äh, nett, ich kenn zu nennen. Ich bin Nastasia. Achso, nee, sie ist Shopping. Sie ist vom Shopping Service. Ja, ich bin... Ich war erst gestern hier. Äh, achso. Ich bin seit gestern hier. Mein Name ist Ned. Ned Crawford. Äh, ich weiß, wer sie sind. Äh, nicht viele neue Gesichter in Skyline in diesem Jahr. Okay, das Land heißt Eden und die Stadt heißt Skyline. Ja, wie ist so ihr erster Tag? Ja, ich bin auch am Lernen. Danke, Nastasia. Okay, äh, was willst du denn hier? Ach, ja, ja, super hier. Danke, ja. Achso, die soll auch meine mentale Gesundheit checken. Ja, mir geht's super. Also, lass uns jetzt mal direkt loslegen. Ja, was hast du denn hier? Ein Lotterieticket? Ein Löhnen? Ein Walkman? Ja, tut mir leid. Kann ich mir alles nicht leisten, Nastasia. Ja, tschüss, Nastasia. Ja, mach mal, dass du wegkommst. Ich muss jetzt arbeiten. Ihr habt doch jetzt hier auch keine Zeit, ganz ehrlich. Ständig mit euch zu labern. Ich will jetzt arbeiten. Und dann will ich schlafen. Oh, was denn jetzt? Ja, ich hab noch eine Sache vergessen. Für die Newcomers von gestern. Die Neulinge, ja. Wer als Inspektor arbeitet, der bekommt auch eine der besten Perks. Also, eine der besten Vorteile, die es gibt in der Stadt. Was denn? Ah, ich soll unter dem Drawer unter meinem Arbeits... Achso, was ist unter meinem Tisch? Achso, Musik. Ja, eure Musik ist mir doch egal. Oh Gott, wer zu viele Fehler macht, der wird nach Hause geschickt. Ah. Ne, ich will eure Musik nicht. Was ist denn das jetzt für Muggel? Also, jetzt muss ich aber... Okay. 5,04. Passt. Blau. Ist... Weg damit. So. Ich mach hier meine 3,22. Passt. Gelb rein. Oh Gott, dann guck mal. Das wird jetzt schon schneller. Äh, 2,91. Kann auch schon direkt weg. 2,91. Ist zu lauchig. 3,29. Passt. Rot. Weg damit. 3,25. Ja, ist auf der Grenze. Rot. Darf rein. Das nächste. 3,01. Kann auch schon weg. Ich find, ich mach das bis dato ganz gut. 3,14. Oh, was? Was hab ich falsch gemacht? Jetzt... Oh Gott, jetzt muss ich mich richtig beeilen. 3,37. Ist... Kann weg. Ach, ja stimmt. Ich war echt dummkopf. Ich hab's wieder draufgestellt, glaube ich. Anstatt's wegzuschmeißen. Äh, gelb. Kann rein. Äh, 3,30. Ist gut. Es muss gelb sein. Gelb, 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 gelb. Es ist rot. Weg damit. 2,99. Ah, rot, 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 rot. Kann weg. Scheiße, ein Fehler. Das war natürlich echt ein bisschen blöd. So. Äh, rot. Kann rein. Ey, die Dinger kommen echt ziemlich schnell. Kann ich die denn abstellen? 3,03. Boah, ey, das schaff ich nicht. Äh, rot kann rauf. Kann ich das hier abstellen? Ja, kann ich. 3,15. 3,15. Und rot. Äh, ja. Nee, warte, das war rote Scheiße. Ich glaub, ich hab wieder einen Fehler gemacht. Sag mal, das sind viel zu viele jetzt. 3,04. Ist okay. Rot rein. Ja, toll. Jetzt die Zeit. Yellow, yellow, yellow. Bevor die Zeit abläuft. Was ist jetzt mit dem? 504. Ist noch im Dreh. Ja, warte, warte, warte. Ich mach die Sache jetzt noch fertig. Finish up quick. Ja, ich beeil mich doch. Boah, okay. Man sieht auch schon direkt, dass es wesentlich schwerer wird. Äh, 308. Und, ja, kann weg. So, okay. Ja, ich bin jetzt fertig. Leave work. Uh, okay. 77 haben wir gemacht. Ja, wir haben halt einen Fehler. Dafür gibt's direkt minus 13. Tired and hungry. Ja, ja. Es klingelt jetzt hier an der Tür. Da kommt doch jetzt mein lecker Schmecker essen. Ja. Ui, hallo. Fuck wrong. Fuck wrong. Fast food. Yes. Ja, fuck. Ach so. Gabel oder Chops. Also, so. Ihr wisst doch. Stäbchen. Ja, ich weiß, wie man Stäbchen benutzt. Hier. Ja, gib mir, gib mir einfach beide. Ja, vielen Dank. Bis bald. So, diesmal gehe ich aber rein, um zu essen. Ich setze mich hier schön. Sag mal, was ist denn? Dass man hier nicht mal in Ruhe essen kann. Ja, hallo. Hier ist Jack von Yoru Suya. Ja, ich würde gerne mit Mr. Crawford sprechen. Ja, der ist am Apparat. Äh, wir haben, oh, wir haben Geld bekommen. Ja. Okay, innerhalb der nächsten 15 Jahre kommt immer eine Frau vorbei, weil das ist der Service. Sehr gut. Ja, ich finde diesen Kontrollmechanismus super. So, jetzt geht mir doch mal nicht auf den Keks. Ich habe, ich setze mich jetzt hier, wo ist mein Tisch. Hier, und dann esse ich schön was. Sumer Reis. Ja. Lecker, lecker, lecker. Perfekt. Und 100 Leben. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde im Leben von Ned Crawford, beziehungsweise P. Dizzle, dem Lebensmittelkontrolleur. Wenn ihr Bock auf mehr habt, das bedeutet, auf eine weitere Folge, dann lasst ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.